1880 Nein, das ist nicht so viel besser. 1880 Nee, aber ein Stab wäre gut. Fahre mal schneller. Gutes nicht. Er ist wieder bei 38. Es gab doch Schnelle, oder? Ja, Kamera ruckelt über ein bisschen her. Schau mal, ob ich es kaufen kann, sonst sehen wir uns wieder, wenn ich in Monsignor angekommen bin. Bis dann, tschüss. So, wieder da. Ich kann es noch nicht kaufen, aber ich muss es aufladen, die Kreditkarte. Und dann kann ich es mir kaufen. Jetzt müssen wir halt laufen. Also, ich wollte eigentlich das andere Ding machen, aber... Ja, irgendwie habe ich keinen Bock alleine zu gehen. Okay, wir sind mit euch reden. Was euch nicht da ausmacht. Ja, hier ist nichts mehr. Also, nach Monsignor geht es oben durch. Ist das nahe? Ja. Ist das näher? Da ist es so niederländisch. Ländisch. Schade, dass die Musik immer die gleiche ist. So, ein Alizios Lied, weiß ich, wie es ist. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied. vom Fernsehen Lied. Chiffiste. Ah, das tausende wird meid... ...o. ... Ah, der hat eine grüne Feder. Usain Sanktina. Was hat das denn einen Namen? Ja, was planen wir noch so auf dem Minecraft-Server? Ja, wir planen Dungeons zu machen mit Jump'n'Run und Herausforderungen, Rätsel und solche Sachen. Und Quests drin. Vielleicht noch ein Endos oder so, aber da müssen wir irgendwie planen. Die kann man mit Siquities und Plugins drauf machen. Das sind halt auch normale Personen wahrscheinlich. Also man kann eigentlich einen Endertrach oder so machen, aber dann zerstört er alles oder so. Aber zum Beispiel einen Enderman oder so, der dann immer wieder spawnt und einfach in die Knie geht. Meister der Berg. Kaplen schon mal. Das ist der Name. Wahrscheinlich einer der längsten Namen. in der Regnung. Ich zieh keine Weihnachtsböme. Oder ist es sein, wenn es schon wieder fährt? Was ist, wenn man durch das Portal dort geht? Ich geh mal rein. Ich geh mal rein. Ah, das ist eines, das zu Schlachtfeld führt. Genau. Den lieber nicht rein. Das führt zur Mauer und... Irgendwie... Ist das an der Mauerfall? Vielleicht ein bisschen... Nee. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Komm, laden. Ich will, dass du ladest. Cool. Wir sind ganz... ...open. Scheiß. Nicht gut. Aber wenigstens ein bisschen nahe. Und man kann nicht mehr zurück. Wieso? Ist das so unfair? Großer Taggefäng. Wie groß ist denn diese Karts? Ich töte mich, glaub ich mal. Nee, dann lande ich wahrscheinlich wieder in Hux dort. Wie heißt das? Wie heißt das? Gox dort, genau. Hoffentlich greift mich kein Gegner an. Kein Spiel. Hier ist alles so verdirrt und da ist schon wieder Wald. Noch eine Karte. Ich weiß nicht, dass ich meine Verhandlungen mache. Sieht taktisch aus. Geist. 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 Wenn ich ein Reitier hätte, könnten wir Reisquests machen, aber so zu leveln... Ah, er hat keinen Bock. Ahhhh. Kleiner Gesundheitstrank. Wow. Den benutze ich sowieso nie. Ja, vielleicht spätet er dann. Der war das ja nicht. Cool. Jetzt waren wir am Spielen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020